einen wunderschönen guten abend es hat sich was verändert okay was also na komm leute ihr wisst es ihr wisst es also bitte okay ich verrate euch nur weil ihr seid weil ihr seid ich habe was verändert und zwar jetzt tipp meine stimme exakt genau das was ihr seht ich habe mir ein neues mikrofon gekauft vorher hatte ich ein ich weiß gar nicht glaube ich habe irgendwo von amazon gekauft bin ich ganz ehrlich ich weiß es nicht mehr muss ich mal raussuchen vorher hatte ich ein anderes mikrofon was wie ihr leider gehört habt nicht merken zu toll war ich bin nicht so der fan da durch diese erfahrung eines alten mikrofons bin ich nicht mehr so der fan davon wie die von usb mikrofon ich muss sagen das beeindruckt mich jetzt in der ersten testphase jetzt schon ich habe glaube ich 56 aufnahmen davon mitgemacht so testaufnahmen also durchlaufen lassen beim zocken einfach so gelaufen lassen und so weiter und so fort und da sind ich muss sagen es ist wirklich cool es ist wirklich geil unter anderem gibt es nämlich dieses tolle ding dieses tolle ding ist touch wie alles heutzutage ist das touch und ich feiere touch mein motto heißt ist das touch und ja es ist touch so wenn mich nicht verstanden hat ist das touch ist die frage und ja es ist touch so und zwar ist dieses ding ich habe gerade eine testaufnahme gemacht und habe nicht gemerkt dass ich mich gemutet habe weil ich nicht auf mein mikrofon geachtet habe und zwar wenn man ein flecken entfernen möchte und gerade mit deinem vorn am zocken ist oder so und man miteinander spricht man möchte aber irgendwie staub davon wegwischen oder so aufgepasst es ist hoch sensibel wenn ich da nämlich drauf tippe auf dieses dingen auf auf die schaltfläche nur in die nähe des mikrofons bin ich gestummt hallo 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 ich bin wieder da so gleichzeitig geht das rot aus also die farbe geht aus und das ganze mikrofon wird schwarz das ist ganz cool so kann man sehen ob man gemutet ist oder nicht musste ich auch erst mal ausprobieren war krass ich habe auch erst mal zwei aufnahmen gemacht habe ich gedacht hey geil irgendwas stimmt mit einem obs nicht und irgendwie kacke es ist alles doof na gut nein es lag nicht an ob es ist es lag einfach nur daran dass ich die anleitung ja es gibt dafür eine anleitung falsch gelesen habe weil ich habe gedacht okay wenn es rot leuchtet dann ist gemutet und nicht rot leuchtet es ist an so aber nein wenn es rot leuchtet ist es an und wenn es nicht rot leuchtet ist es aus das wunderschöne ding wie ich es finde kommt mit vielerlei funktion so dass man einstellen kann ob man das haben möchte ob man stereo mono haben möchte und so weiter und so fort das kann man hallo hilfe danke an diesem rädchen einstellen du kannst also einstellen ob du nur von einer seite des mikros sprechen möchtest ob jemand bei dir sitzt ob der ganze raum sozusagen mit wahrgenommen werden soll oder einfach nur warte das war ich habe keine ahnung oder einfach nur ein bereich sozusagen das ist ganz cool ich habe das gerade jetzt einfach um auf rundum weil ich das noch nicht getestet habe mit das wo es drauf steht nämlich dass es nur stereo auf dem soll nicht stereo das und das ist nur um die bidirektional ich weiß nicht also nur von einer seite aufnehmen soll also gleichzeitig kommt dieses wunderschöne ding mit zwei wunderschönen anschlüssen ich muss erst mal suchen wo die sind weil die findet man nicht ganz so leicht erstens mit einem wunderschönen mikrofon an headset anschluss weiß ich aber noch nicht was passiert muss ich auch gleich aus testen ich mache gleich eine pause dass du das und sage ich dann bescheid ps ich werde auch hinten dranhängen wie man altes mikrofon klang nur als kleiner vergleich und der ganz normale usb anschluss wie gesagt ich bin kein freund von usb zumindest nicht beim mikrofon ich muss aber jetzt schon sagen es ist ein geiler kauf gewesen kommen wir dazu was alles in diesem paket ist in dem paket ist das mikrofon plus ständer so eingepackt wirklich ist es schon so zusammengebaut ihr braucht eigentlich gar nichts mehr machen für ein mikrofon haben die halterung und die kann ich wirklich empfehlen dies innerhalb von fünf sekunden angebaut ich habe wirklich nicht lange gebraucht das sind zwei kleine zwei kleine kreischen rausgefallen die habe ich da wieder eingesetzt und hab gedacht krass okay so so zack zack musste die richtig drehen da ist nämlich so ein penüppel rausgeschnitten dass man weiß okay da muss man die einsetzen und fertig war das ding und da konnte ich es anschrauben wie sie und ein so ultra langes hdmi usb kabel dass ich mich da hätte wahrscheinlich in würden denken weil es geht unter meinem schreibtisch her bis in mein pc und das ist ein stück es ist wirklich ein stück und es liegt sogar noch ich könnte sogar glaube ich noch fast meter weiter rutschen und es wäre egal es ist krass es ist wirklich krass wie groß und und wie lang das ist so das nächste was ich vergessen habe dazu zu erwähnen ist dass man das ding das mikro an sich am mikro an sich selber laut und leise stellen kann indem man einfach dieses kleine rädchen mit den punkten dreht das ist wirklich ein ich kann es einfach mal demonstrieren ihr solltet mich eigentlich jetzt leiser hören obwohl ich ganz normal weiter spreche oder achtung es könnte lauter werden jetzt lauter werden obwohl ich einfach ganz normal weiterrede so das ist ganz cool er hat oft oder hier im bild ist es auf dem dritten punkt ich habe es auf dem ersten punkt weil ich minus plus minus 0 dezibel im ausgleich habe so weil ich einfach damit zurecht gekommen bin weil ist ganz cool für die aufnahme wenn ich sage wenn ich sage okay hey desktop audio ist ein bisschen hoch stecken mikrofon einfach höher oder die dezibel einfach runter um nicht zu übersteuern das ist eigentlich das ganze paket was da so drin ist ich finde es ganz cool ich habe es innerhalb von wirklich einer minute an meinem mikrofon angebaut das ding ist das geilste so weil nämlich eine große und hinterher eine kleinere schraube eine kleine schraube wie auch immer verbaut ist und zwar habe ich eine kleine rechts kleine schraube an meinem mikrofonarm dran so die halt halterung ist das wort halterung hat vorne ist etwas breiter gebaut und hinten dünner so dass die zwei arten von schrauben reindrehen kann und das ist wirklich cool weil ich dachte ich habe das erste mal gesehen habt ausgepackt habe erst mal ja scheiche mist da ist eine große halterung muss ich wieder umtauschen oder hinstellen hinstellen auf gar keinen fall weil dann ist mir ständig im weg weiß ich jetzt schon aber dann habe ich genauer geguckt und weil da hinten ist eine kleine kleinere fassung für eine kleinere schraube supergang jetzt zudem ich habe schon wieder blau gefärbt jetzt zudem was das ding kostet und welchen varianten ich bin einfach mal da wo ich es auch gekauft habe hashtag keine werbung da wo ich es gekauft habe auf die seite gegangen saturn und habe das einfach gekauft fun fact mit der saturn karte spart ihr nochmal eine menge geld ich weiß nicht wie viel kommt ich glaube auf dem markt sogar an aber ihr spart eine menge geld es gibt es in drei versionen es gibt das in ja in 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 mit mehr farben in einfarbig wie ich das habe so dass wenn ich sprechen kann mein mikrofon rot leuchtet und nicht in bunt aufkommen und dann gibt das einmal noch für crack süchtige für natürlich den entsprechenden preis von 180 euro ich kann sagen ich habe weniger als den preis gezahlt und weniger als den uvp preis nutzen nebenbei den genauen preis nenne ich nicht bei preisabweichungen abdepech gehabt so kann ich euch empfehlen auch die seite von vom hypersquad kann ich euch empfehlen hier könnt ihr wirklich vieles kaufen und es ist gar nicht mehr so teuer wie wie man glaubt und damit bedanke ich mich fürs zuhören ich hoffe ich schneide jetzt hier hinten dran noch irgendwie wie man als mikro klang wenn nicht hört euch einfach alte parts an die älter sind als vierter erster oder fünfter erster dann wisst ihr wie man als mikrofon klang und dann wisst ihr auch wie dieses klang ich wünsche euch noch einen angenehmen abend haute rein und bis denn haute rein